Ja, mohn Leute, hier war MasterLP-007 und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Unboxing, wie schon angekündigt, leider erst heute, da es erst heute bekommen ist das P-Paket und ja, ihr seht richtig, das ist irgendwie riesig, finde ich komisch für ein, die Sache, für die ich mir bestellt habe, aber, egal, würde ich mal sagen, starten wir mal, die ist noch ein bisschen vorbereiteter, und zwar mit einem Messer. Nicht durch? Fast. Hmm, doppelt, zweifach Zug ist geklärt, wird das offen. So, auf haben wir schonmal. Das leuchtet doch schon uns was entgegen. Das ist jetzt Fail. Warum 2? Hm, komisch. Ich hatte zwar nur eins bestellt, aber mir egal. So, das ist halt meine Überraschung. Damit habe ich halt nicht gerechnet. So. 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 Uh. Und... Ah, zack, geklappt. Tada, da ist es, ausgepackt. Jo, ich glaube, das tue ich euch jetzt lieber nicht an. Das werde ich, glaube ich, erstmal aufnehmen als Ersatz. Ja, wie gesagt, das war ein Unboxing, ein bisschen Fail, ich weiß. Sorry. Und ich würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschau.